Willkommen zum zweiten Tag im Magical Musket, wir spielen gegen Player. Wer anfängt? Oh hey, ziehen wir den auch mal. Hi. Okay, hat er. Hi! Ah, es war nicht so praktisch. Wow! Alter, eine stupidere Eröffnung gibt's ja wohl nicht und wir haben nicht mal was dagegen. Ah, das spielt wirklich Gravekeeper. Naja... Jo, das ist gut. Hätten wir überhaupt was, um mit Raccoon fertig zu werden? Ich glaube, alles von uns targetet. Äh, Doppel. Ja gut, okay. Der Doppel kann drüberhören. Ja gut. Aber jetzt nochmal. Ja gut. Und Darkruder natürlich, das funktioniert. Also, ja klar, Darkruder, ob wir es lieben. Mar. Irgendwann werden wir konsequent second geschickt. Wir haben schon wieder Doppelung nach hingezogen. Mhm. Ich meine, die Chance ist 1 zu 8. Da sollte man doch meinen, dass man die jede zweite Startbahn so zieht, ne? Mhm. Leider haben wir dieses Mal nicht unser allgegenwärtiges Darkruder. Das könnte actually ein bisschen schwierig werden. Mhm. Ja. Ich meine, wir haben ein bisschen was. Das Problem ist, wir haben nichts gegen das Ziel. Wut? Wut? Da waren gerade ein paar komische Karten dabei. Ja. Okay. Hm. Okay. Ja, okay. Also, der Plan wäre jetzt natürlich, dass er den Levier für 3 Dark droppt und das Double or Nothing ins Deck schafft. Das wäre jetzt so der Plan. Ja, aber ich glaube, irgendwie das passiert nicht. Normal Summon Wähler. Okay. Ey, wenn ich beschwere mich nicht, dann hat er den nicht mehr. Ja, aber trotzdem so. Vielleicht hat er ja 2. Könnte auch sein. Ich meine, wenn du keine bessere Normal Summon hast, warum nicht? Es sind Level 1 Tuna. Also, das macht den Job. Ja, aber wenn jetzt kein Ziel kommt, dann ist das hier handelbar. Das ist sogar sehr handelbar. Das ist Hardcore handelbar. Ja, hallo Kasper. Ja, voll. Dann würde ich sagen... Needle. Machen wir einfach mal Dancing Needle, genau. So, dann den hat er nicht gebraucht. Noctovision hatte keinen On-Banish-Effekt, oder? Nein, nein. Okay. Er braucht keines deiner Monster im Friedhof. Ja, und ansonsten... Scheißegal. Ja, irgendwas. So, das war schon mal okay. Dann kommt jetzt der Negate. Oder auch nicht, okay. Ja, dann haben wir die Permanente. Ich wollte gerade sagen, den Negate könnte man sogar durchlassen. Ja, aber jetzt kommt er nicht mal. Dann, hallo, hier. Croc Crown. Ja. Weil wir haben keine Normal Summon mehr, also noch ein Monster bringt uns nichts. Außer, den haben wir schon, Doc. Ja. Dann machen wir Croc Crown, dann aktivieren wir Croc Crown. Croc Crown und, äh, das ist nicht Croc Crown. Oh, äh. Das ist Croc Crown. Ja. Indeed. So, ja, dann hallo, Doc. Ja, ich würde gerne aktivieren. Hm. Ich meine, es ist egal eigentlich. Nicht dahin, weil Impfer. Das ist ein Argument. So, dann hallo, Max. Jetzt können wir mit Caspar und Max gehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir uns mal zwei angeln. Ja. Weil wir brauchen gerade keine Monster. Außer, würden wir hier nur eins kriegen. Da kommt jetzt in die Gate. Ja, nein. Nein. Verdeckte? Nee. Okay, also wir können jetzt gleich die, das Desperado zurück adden. Also einfach den nächsten hiervon. Oh, Desperado. Oder haben wir noch kein Desperado im Grave? Stimmt, wir haben keins im Grave. Wieso doch die Wetten eins im Grave? Nee. Achso. Ich weiß nicht, wieso du das dachtest, aber wir haben auf jeden Fall keins. So, ja. Er hat einen Dancing Needle vorhin aktiviert. Nicht Desperado, also. Dann nehmen wir uns den mal wieder. Die ist eh gut nochmal zu haben, dann kann man den Idioten da... Wobei, der liegt gleich gar nicht mehr im Grave. Der wird gleich gebanished, ja. Ja, dann banischen wir den mal. Äh, ja doch. Oder... Dann ist der weg. Und dann greifen wir an und dann sagen wir go. Ja. Mir fällt gerade auf, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, Caspar zurück zu adden. Falls jetzt irgendwas schief geht. Mit Doc. Dass wir in seinem Zug Crook Crown aktivieren können für Caspar Special, um noch ein Surge zu haben. Ich meine, das können wir trotzdem machen, je nachdem wie es läuft. Aber es wäre auf jeden Fall... Wir wären gegen mehr Risiken abgesichert gewesen, wenn wir uns erst Caspar geholt hätten. Das ist richtig. Weil zum Beispiel, wenn er jetzt irgendwie einen blöden MST aktiviert und auf die Crook kombatet hat, dann will ich das nicht negieren. Dann müssen wir das resolven lassen. Das ist richtig. Das ist richtig. Also wir machen jetzt direkt Dancing Needle auf den Docton und jetzt den Caspar zu nehmen. Was allerdings auch wiederum nicht so toll wäre, weil wir wollten das Desperado wieder zurückhaben. Ja, erstens Des und zweitens... Ja, klar. Außerdem ist Dancing Needle actually gut gegen das Deck. Das ist richtig. Das heißt, wir wollen das uns so ein bisschen aufheben. Wir müssen so ein bisschen die Monster in seinem Friedhof zählen. Sobald da drei Monster im Grave hat, Kombination aus Light Dark, müssen wir ballern. Im Moment hat er noch zum Glück nur eins. Ja, ja, den Levier wissen wir ja schon. Levier-Nir. Er hat sich ja schon gesucht vorhin. Aber ja, im Moment ist er nur eins. Also, alles. Gucci. Amt Starfire. Ja, die kann man normalen. Ja. Okay. Dann können wir Dancing Needle unter dem Starfire machen. Und was Specialen. Und dann mit Utopia wäre der Tod einfach. Ein anderes Double or Nothing auf der Hand. Ja, eben. Ja. Mit Utopia, Angriff, Effekt, Double or Nothing. Boom. Ja, passt. Nur mit Utopia Double müssen wir Monster angreifen. Stimmt. So, dann geben wir ihm gar nicht erst ein Monster. Und der Blödsinn hat auch irgendwelche Spells weg. So, ja. Hallo Calamity. Okay, nicht Hallo Calamity. Ja, gönn dir. Also dafür darf der Effekt oder gerne wegfliegen. Ja, ja, das ist okay. Ja, dann Angriff. Da gibt's irgendeinen Link, der Sinn machen würde. Nö. Wenn wir einen zweiten Max bauen, dann könnten wir noch einen Vierer aus dem Deck specialen. Das Problem ist halt, dass wir dafür entweder den Dock weglinken müssten oder den Starfire. Wenn wir den Dock weglinken, haben wir den Dock nicht mehr. Wenn wir den Starfire weglinken, haben wir keine Utopia. Ich meine, gut, wir haben den Spell Trap Negate. Wenn wir Utopia holen, ist er jetzt relativ sicher tot. Ja, aber es gibt eigentlich... Nee, wir machen das mit Dock. Also Dock in Max und dann zifflen wir... Also jetzt kommt noch eine Hand Trap. Aber das ist dann halt so. Lost Wind. Das würde ich... Actually negieren, weil hier kann nichts mehr schief gehen eigentlich. Wenn wir es jetzt negieren, kommt dann überhaupt noch irgendwas raus? Zählt das zum Zeitpunkt der Aktivierung, oder? Finde was raus, I guess. Dürfte nicht. Also ich glaube, wir kriegen nichts. Dann lass stecken. Lass stecken. Dann greifen wir jetzt einfach an und sagen, go. Lost Wind. Ja, ich meine, der hat schon genug seltsame Karten gespielt, ne? Also da ist jetzt das dann auch nicht mehr verwunderlich. Auch wieder wahr. Also theoretisch würde die Karte ja bis zum Ende der Kette auf dem Feld bleiben. Deswegen funktioniert das an sich schon mit Max. Aber... Nee, nee, da ist dann zerstört halt. Zerstört halt. Genau, da ist dann zerstört. Und dann ist er nicht mehr auf dem Feld. Genau. Wenn man die Karte einfach nur negieren würde, dann würde sie immer noch zählen. Ja, dann Endphase. Ja. Wir haben ja noch die Dänzer auf dem Feld. Die Starfeier, das heißt. Es sollte sich noch handeln lassen. There we go. Ja. Das war bizarr. Deltor. Das ist auch mal ein Blatt. Das ist weder noch. Nee. Okay, jetzt können wir den Prosperity zünden und beten, dass er ihn nicht negiert. Weil es das einzige Play. Sollen wir vielleicht für drei gehen, damit es aussieht, als ob wir nicht so drauf angewiesen wären? Ja. Müssen wir. So, dann tschüss, äh, Cerberus. Cerberus, Plan B und, äh, keine Ahnung. Ich hab' seven. Wahrscheinlich. So, bei Ihnen, das ganze Zeug. Okay, das hat geklappt. Das hat nicht geklappt. Da! Okay, schade. Ja gut, das war halt das Risiko, wenn wir nur für drei gehen, ne? Ja, ja. Aber wenn wir für sechs gegangen wären, hätte der das negiert. Wahrscheinlich. Ja gut, Scoop. Ja. Lusrabe. Auch ein besonderer Name. Also, noch ein Monster und nicht in das Blatt, so wie es da ist. Das ist eine potenzielle Menge, aber wir müssen erstmal ein Monster haben. Ja, ja. Das ist kein Monster. Das ist auch kein Monster. Scoop! Momo Hamid. Okay. Monster! Ja, ein Monster. Ich glaub's nicht. Und sämtlichen Kartor, den wir im Deck haben. Weil natürlich, jetzt. Ja, ja. Gut, dass sich der nicht, äh, gut, dass sich der nicht gegenseitig ausschließt, oh, warte. Also, Jein, Goblin und, äh... Das ist Eldlitch, ne? Ich hab grad hier hingeguckt. Das ist sowas von Eldlitch. Summon Limit, ja, okay, das ist Eldlitch. Summon Limit, Judgment und die dritte weiß ich nicht, wenn die aufgeflippt hat. Duality. Ah, ja. Okay. Deswegen hatte mein Gehirn die gleich wieder rausgestrichen. Welches Argument gibt es, um keinen extra zu spielen? Ähm... Vielleicht spielt er Monarchenkram. Hi. Das Ding bappt auch an unserer Starthand, ey. Sowas von. Ja, dann Calamity into Max, I guess. Äh... Oder wir machen Pott und hoffen darauf, den Splat Trapnikate umzudrehen. Ich denke, letzteres, ja. Weil, ganz ehrlich, was sind die Orts, dass wir jetzt einfach in Max gehen dürfen und der Resolve? Ja, guter Punkt. So, dann tschüss Plan B, tschüss Cerberus. Äh... Ja gut, wir kriegen das ja nicht ins Deck zurück, also Double. Ja, Double kann weg. M7, guess? Ne, ne. Das kann nochmal ein Zeus für vier geben. Das könnte gegen den echt gut werden. Ja gut, okay, dann... Äh... Exit in Night vielleicht weg? Ja, ja, ja. Ähm... Hier, Bruchschwert kann weg. Borrowed Sword kann weg. Achso, mal sehen, ob sich das in Judgment fängt. Nein. Aha, aha, mhm, mhm, ja, mhm, ja, mhm, ja, nein. Ja, Starfire ist... Aber Starfire ist das bessere Monster als Calamity, immerhin. Mhm. Das Problem ist bloß, wir können jetzt keine von unseren... Doch, wir können Goods aktivieren, nevermind. Natürlich. Gut, es geht noch, nur die Fusion danach geht nimmer. Dann nehmen wir Starfire und Activate Goods. Hi. Na? Skill Drain. Gut, das war... Das war klar. Ja gut, okay. Ja, ich mein, das Ding ist auf drei, ne? Also... Die Odds sind relativ hoch, dass er die zieht. Äh, ja. Fusion reinlegen und... Äh, Angriff und Passtern. Und hoffen, dass wir im nächsten Zug das Desperado nachziehen. Ich mein, wir haben drei Draws im nächsten Zug. Und wir haben nach wie vor Calamity auf dem Feld, also... Wenn wir an Desperado rankommen, sind wir Gucci. Äh, wir müssen dann noch den... Das Ding setzen. Unseren... Aber wir dürfen den jetzt nicht mehr von der Hand zünden. Unseren Cellis. Unseren Pseudo-Cellis. Ja, das ist richtig. Die Frage ist... Ja, I guess. Ja. Ja. Dass wir... Dass wir verhindern können, dass er über unser Viech drüber rennt. Ich mein, gut, wenn drüber rennt, wäre es auch nicht so tragisch. Wir haben noch Calamity. Aber... Ich mein, unser Plan... Dann geht er davon aus, dass es eine Imperm ist. Unser Plan steht und... Ah, okay, die Kombi spielt er. Hi. Einer der zwei Menschen auf diesem Planeten, die noch True Draco spielen. Mhm. Und demonstrativ in die Zone, natürlich. Das hätte ich aber auch so gemacht. Okay. Ja, klaro. Toll, das hat uns auch auf der Hand behalten können. Ja, aber wer kann das ahnen? Mhm. Ja, klaro. Ah, deswegen. Äh... Ja, klar. Jo. Warte mal, die letzte Summon Limit, ne? Ja. Ja, klar, Mann. Gönn dir. Die kannst du von mir aus umdrehen. Wichtig wäre jetzt nur, dass die letzte Handkarte kein Monster ist. Aber das glaube ich fast, dass es kein Monster ist. Ja. Ja. Ja, dann kassiert er im Damage-Step den Chalice. Äh, noch nicht. Jetzt. Jetzt? Wollte ich jetzt nicht noch Ankette sein, Effekt oder sowas. Eben, das braucht ja keiner. So, und dann ist auch Monarchs-Erupt weg. So, dann ziehen wir mal ne Karte. Mhm. Hi. Egal, hallo Doc. Oder? Äh, nein, Kasper. Wir haben noch nicht genug im Lauf. Erstmal ist Kasper. Ja. So, dann ziehen wir noch eine. Mhm. Spell? Ja, Spell. Äh, mh, mh. Na gut, dann einfach Max. Ähm, Moment. Moment. Wenn wir jetzt in Max gehen, dann dürfen wir zwei Specialen. Also dürfen wir nicht, weil Summon Limit gar. Wir dürfen eine Special. Einen, warte. Nein, wir dürfen gar keine Special. Schon Kasper, schon Kasper, stimmt. Okay. Das heißt, wir machen jetzt, äh, den Chalice auf unseren Starfire. Und zwar unter Kasper. Dass wir Desperado suchen dürfen. Ballern mit Desperado das Summon Limit kaputt. Und holen dann Max mit Starfire. Ja. Ja. So. Jetzt holen wir Max. Nein, Quatsch. Nein, jetzt holen wir jetzt. Nein, jetzt holen wir jetzt. Es ist Desperado. Ja, wir müssen leider erst Desperado. Ja, leider. Aber das ist jetzt halt so. So, dann jetzt Max Kriegen wir halt bloß einen Dann darf der sich jetzt in Dock angeln gehen Schade, mit 50 Lebenspunkten weniger hätten wir ihn mit Utopia umlegen können Aber leider 50 Lebenspunkte zu viel Ja, Röms Röms und Pass-Turn Ich meine, die Chance, dass die nächste Karte, die ihr benutzt, ein Spelltrap ist, ist relativ hoch Ja, dass er halt in den, ähm, dass er halt angegriffen hat, war nicht gut Das hätte er anders irgendwie regeln müssen Weil natürlich setzen wir den Dings, ne? Ist ja klar So, jetzt irgendein Spell bitte Vielleicht könnte, es könnte ja sein, dass er einfach nicht alles, äh, ja, wir müssen Wir müssen das jetzt parado zurückkriegen Das war dämlich, hört mir gerade auf Oder nee, Quatsch War's nicht, weil Warte, Moment Hätten wir Nicht, hä? Warte Ah, warte, weil er jetzt das im Friedhof trägern kann Und dann dürfen wir Dock trägern Ja Ja, und es war, und weil wir es negiert hätten, hätte Dock auch nicht deswegen dürfen Das heißt, es war schon richtig, Dusty und dann Dock zu aktivieren Ja, alles gut Okay Ja, wir hätten es aber auch einfach risolven lassen können Ja, das ist richtig Aber Und Shotgun dann hält hier so, warte mal, der hat gerade gefehlt Ja Man erwartet halt, dass sich darauf auf sowas aufpasst Ja, das ist, das ist, das ist, das ist aber der Place Also das ist, das ist dann eine Frage von Übung mit dem Deck Dass man dann grundsätzlich erstmal guckt, ob der Gegner vielleicht zufälligerweise gerade gefehlt hat Ja Ja gut, umbauen Ja So, also wir haben Parallelic Seed, Calamity, Starfire, Dock, Kasper Goods, Dark Duel No More, Upstart, Metal Foe, Prosperity, Chalice, Cross Domination, Double or Nothing Desperado, Dancing Needle, Bloody Crown und, oder Crooked Crown Und Last Stand Äh, du hast in der Mail geschrieben, dass du ursprünglich Pod of Desires drin hattest Der dann rausgeflogen ist und du jetzt einfach den Prosperity mal kurz als Zwischenlösung reingeschmissen hast Und den nicht hast, weil es eine L-Deck ist Äh, das Meister-Deck ist ja relativ standard, also sprich das Monster-Line-Up Und auch wenn man es nicht gesehen hat Ist die Chance mit einem Monster zu öffnen eigentlich gar nicht so schlecht Ja Ähm Die Frage ist jetzt halt, was macht man mit dem Pod Und Ich sehe zwei Möglichkeiten Möglichkeit 1, man ersetzt es durch eine Handtrap Möglichkeit 2, man ersetzt es durch Ähm Durch Ein Extravagant Weil der zieht actually zwei Karten Der ist zwar auch nicht optimal Aber Besser als nix Und ich glaube in dem Deck ist es besser einfach mehr Karten zu haben, anstatt präzise zu suchen Weil du willst halt Masse haben Und ich würde den Desires trotzdem spielen Das ist Also der eine, klar, logisch Warum nicht Ja So Und dann ist das natürlich auch noch eine Sache, dass es der Parallel Xeat Ja, von dem bin ich ebenfalls Kein großer Freund Aber Das kann korrekt sein, den zu spielen Ich mag es halt nicht, weil der ist irgendwie nicht wirklich live Die Sache ist halt die Ich weiß mal den Parallel raus Die Sache ist die Parallel Xeat ist halt win more, sobald du auf Max bist Aber wenn du bei Max bist, hast du eigentlich eh schon, was du willst Kind of, ja Das größtere Problem ist ja eher Weil du denkst, das ist ja Blind Second Das größtere Problem ist eher überhaupt erstmal bis zum Max zu kommen Und da hilft dir der überhaupt nicht Genau Ähm Ich meine, gut, klar, Extravagance hat den Nachteil, dass du ihn nicht unter den Monster aktivieren kannst Aber du ziehst zwei Karten Hm, was hast du gerade gemeint? Ich überlege gerade Achso Könnte man vielleicht auch statt Extravagance Also erstens, wenn wir Wenn wir Extravagance komplett kicken würden Könnten wir wieder Ähm Könnten wir wieder Ding spielen Äh Na Hm Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst Kit Das Das wäre eine Idee Kit reinzutun Einzahlt Ja, ich meine, du kannst es ja suchen Ich hätte einen ähnlichen Weg auf die Consistency tatsächlich, ironischerweise Und hier eigentlich irgendwelche wichtigen Karten, sonst haben wir ein Musket vergessen Ähm Du hast die Suche gerade schon eingegeben Ja Also, den hat man nicht gespielt, wenn ich mich richtig erinnere Nein, 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 nein So, wild, was konnte der nochmal Nichts Nichts, okay Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir Was ist das denn? Magic Key Ach, das ist Magic Key Das ist, hab ich ja schon gewundert Warte, was So, äh, was ist das hier? Naja, das kann man One-off spielen Es ist, es ist theoretisch halt eine Antwort auf Große Beats, die nicht getargetet werden können Aber Aber dafür haben wir Double und so ein Kram So, das passt eigentlich So, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir Was ist das? Das war die Karte, die wir suchen darf, wenn sie kaputt geht Ja Aha Schade, dass ich mich zur Zerstörung durch Karten-Effekten schütze Und ich generell vor Karten-Effekten Gut, das wäre ein bisschen gut, aber, ja, es wäre gut, wenn es es könnte Und den haben wir wiederum Ich glaube tatsächlich Ähm Was man hier machen könnte Wäre Äh Die Wäre eine Engage Und, ähm Eagle Booster zu spielen Um Max zu beschützen Dass der uneffektet von Effekten ist, weil Wir haben aktuell nichts drin, was ihn vor Wailer oder so beschützt, oder Ash Das stimmt, wir können ihn nur vor Karten auf dem Feld beschützen Und Eagle Booster tut das Und Engage ist eine gute Karte Richtig, und wenn wir ja das nicht als erstes machen, weil wir vielleicht schon vor schon 30 Beils im Friedhof haben, wird es noch besser Ja, aber darum geht es ja nicht, aber darum geht es ja nicht, es geht darum, dass Ja Äh, ich würde drei Eagle Booster spielen, weil den wollen wir sehen, denke ich Das wäre actually vielleicht, das ist actually eine Idee Weil, wer einigermaßen klar im Kopf ist, negiert die Normal Summen eh nicht Und dann fängt sich halt der Max eben was Und dann Ja, einfach weil das Risiko besteht, dass wenn du Normal Summen negierst, dann halt noch ein Extender kommt Und dann kommt der Max und dann ist der Negate raus Ja, kommt ja aber drauf an, was das für ein Negate ist Wenn es ein Crystal Wing ist, dann kommt der natürlich, weil er die Normal Summen noch abräumt Obwohl es nicht Ja, aber sowas wie Savage oder Hot Red oder so ein Krams Die halt nur negieren Das halt will man halt nicht benutzen Gut Ja, weil Extradick passt da eigentlich Es ist Max drin, und damit passt's Ja Engage hat halt so ein bisschen das Problem, dass dann der Eagle Booster Telegraft ist Und Ja gut, aber nur weil der Gegner weiß, was kommt, heißt nicht, dass er was dagegen machen kann Ja Natürlich Außerdem ist es ja 3 zu 1 auf den Eagle Booster Ja, Engage sind nur der vierte Eagle Booster, nicht andersrum Ja Ich hab nur gerade überlegt, ob es ein Argument dafür gibt, statt der Engage So was wie ein Dave oder so zu spielen Ich mein, gut, die Skystriker Karten haben halt wieder den Haken, dass sie keine äh, Muskets enablen können Ne, es geht ja nur darum, dass dieser scheiß Max resolft Also ja, das können sie nicht, aber darum geht's nicht Andere Frage Die Muskets sagen, dass in der Column was resolved werden muss, ne? Ja Ne, activated Aber nachdem es resolved Okay, also folgendes Folgendes Szenario Ich hab den Max auf dem Feld Aktiviere den Eagle Booster auf dem Feld Und nutze, und kette dann Crooked Crown Um einen Musket von der Hand in die Zone vom Eagle Booster zu specialen Triggert der Musket dann? Äh, nein Nicht Ich glaube nicht Also würde ich auch vermuten, weil hier steht halt activated in das Cards Column Ja Der muss die beim Aktivieren und beim Resolven gesehen haben Soweit ich weiß Also beim Resolven nicht Also sie darf auch negiert Resolven Aber sie darf halt durch die Aktivierung negiert werden Genau Ja gut, dann testen wir das mal am Freitag Bis dahin Ciao Bis dahin Bis dahin Untertitelung des ZDF, 2020